Karl, gib mir mal den Hammer rüber. Karl, gib mal den Hammer rüber, hast du nicht gehört? Guck doch mal, das Bild, mein Lieber, hängt total verkehrt. Du hast halt zwei linke Hände und bist viel zu fein. Kriegst keinen Nabel in die Wände, Karl, ich seh das ein. Deine Stärke ist der Geist, was du immer zubeweist. Jedes Kreuzworträtsel löst du wie im Flug. Du weißt, Japans höchsten Berg und ein Gnom, das ist ein Zwerg. Wirklich Karl, wie bist du klug? Du sagst, wir Weiber seien technisch lauter Nieten. Man sollte uns sogar das Autofahren verbieten. Ein Kinderwagen stünd uns gerade noch zu. Wer sich beim Rasenmähen neulich in den Fingerschnitt, das war's doch, glaub ich, du. Ja, du. Karl, gib mal den Hammer rüber. Hab ich dich erschreckt? Nimm es nicht so schwer, mein Lieber, niemand ist perfekt. Du hast halt zwei linke Hände und bist viel zu fein. Kriegst keinen Nagel in die Wände, Karl, ich seh das ein. Jeder Mensch hat generell eine Stärke, ganz speziell. Wer sie nutzt, tut damit absolut genug. Wie du schweigst, wie du jetzt schaust und um deine Nägeln kaust. Wirklich Karl, wie bist du klug? Wirklich Karl, wie bist du klug? Wirklich Karl, wie bist du klug?